Hallo, heute möchte ich euch die Gasdüsen von FurikCup vorstellen. Wir haben die Gasdüsen in drei verschiedenen Varianten. Einmal als Keramikgasdüse und zwei unterschiedliche Varianten als Glasgasdüse. Einmal die kleinen, die sogenannten FUPA oder die großen, die BBW Cups. Die Glasgasdüsen gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal ohne oder mit Titanring. Die Gasdüsen von FurikCup sehen nicht nur super aus, sondern haben auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel kann man bei den Glasgasdüsen super von der Seite reingucken, wenn man sie ohne Titanring nutzt. Und der größte Vorteil dabei ist, wir haben eine sehr große Öffnung vorne, dass wir eine gute Gasabdeckung haben, was sich besonders eignet zum Schweißen von hochligierten bzw. Edelstellen. Die Gasdüsen von FurikCup können wir nicht nur an einen SR20 oder 9er Brenner adaptieren, sondern mit dem Umbaukit können wir die Gasdüsen auch an einen SR17, 18 oder 26 anbauen. Die Keramikgasdüsen können wir ganz einfach wie die normalen Gasdüsen, die auf einem SR Brenner sind, adaptieren. Das heißt, wir schrauben die andere ab und setzen die Keramikgasdüse auf bzw. schrauben sie auf. Wenn wir eine Glasgasdüse adaptieren wollen, müssen wir ganz einfach die mitgelieferten Ringe oder Gummiringe auf den Gasdiffusor aufstecken und so können wir ganz einfach die Glasgasdüse an den Brenner anbauen. Das war die Übersicht über unser FurikCup Sortiment. Das war die Übersicht über unser FurikCup.